Ich habe einen Lappen, den kann ich ja mit... Die Maus hat immer noch Hunger. Den Lappen kann ich mit Benzin tränken. Ich muss etwas finden, dass ich den Lappen wickeln kann. Ich muss auch den Fackel schlafen. Gut, dass das Feuer hier noch blendet, da kann ich die Fackel erzählen. Eine Bremse, ne? Gut, dass das extra als neues Objekt markiert ist und der Rest nicht. Nein, doch noch nie, äh... Kann ich die Fackel jetzt nicht hier? Ich muss die Fackel anders machen. Vertreibe ich damit die Ratte? Ne, keine gute Idee, das kann nicht funktionieren. Vertreibe ich damit den Raben, dass er was fallen lässt? Ne, keine gute Idee. Der Vogel hätte was geklaut, oder? Was hat er sich genommen? Nicht geklaut, die Platte fehlt. Ich muss was anderes versuchen, okay. Das Rad ist kaputt. Dann kann ich mir dem meisten nichts machen, oder? Okay. Ich, äh... Irgendwann etwas ratlos, was ich jetzt machen kann, aber... Ich hab ja auch noch nicht alles durchsucht. Hier ist immer die Maus da hinten. Hier ist ein Stein. Hallo, Rabe! Und ich treffe auch noch. Einfach daneben klatschen hätte doch genügt. So, auf in die Bar. Ranhängen. Jetzt fehlt noch der Rotel. Es ist zu dunkel, da was zu erkennen. Ja, dann mach ich Licht an. Dann mach ich Licht an, hab ich gesagt. Ich sag jetzt nichts dazu, dass die Fackel einfach brennend in der Tische steckt. So, ein Feferstreuer. Ein Thermometer für die Temperatur. Das ist ein Verflüssungsglas. So könnte es ein Thermometer sein, bist du aber nicht. Okay, dann... ...nehm ich mal an, dass ich dich auch... Eine rote Scheibe. Eine Kerze. Ein Scherzkeks. Du bist kein Keks. Keks, Sanduah... Na-la-la... Wie sieht ein Keks aus? Also ich weiß wie ein Keks aussieht, aber wie sieht es im Spiel aus? Egal. Egal. Thermometer Ziegelstein. Habe ich grad weggeschmissen. Äh, da ist ein Thermometer. Da ist ein Würfel. Da ist ein Mixer. Treibeisen. Eine Karotte. Zwei Seile. Zwei Seile. Zwei Seile. Ding dong. Ding dong. Dann ein Anker. Dann ein Anker. Ein Keks und ein Ziegelstein. Du bist kein Keks. Du bist kein Keks. Okay. Und jetzt noch ein Ziegelstein. Und damit habe ich die rote Scheibe und ich bin gespannt, wieso ich die Tür nicht aufkriege. Ich drehe die Scheibe durch die Position. Einen Hinweis auf das... Die Lösung versteckt. Ist irgendwo im Gasthaus versteckt. Okay. Ich weiß, dass wir hier die Zahlen aufstellen. Achso. 9, 4 und 8. Dreizack. Peak. Und Dreieck. Keine Ahnung, welche Farbe. Dreizack. Peak. Und Dreieck. Ender im Windspiel. Weniger als eine Minute. Check. Scheune. Ein Wimmelbild. Warum versteckt sich jemand? Das muss ich untersuchen. Dort oben ist etwas. Ich muss die Leiter irgendwie herunterholen. Da ist ein Vorschlaghammer. Und manche Vorschläge sind noch der Hammer. Schmiede. Im Wind. Russische Puppen. Matruschka Puppe. Irgendwo. Öl... Öltopf Flasche. Die Hölle sein können. Das ist eine Öltopf Flasche. Ein Flachmann. Natürlich finde ich den sofort. Blatt. Ein Blatt. Zwei Blatter. Ne, so zwei. Zweite Blatt. Und noch ein Blatt. Muss hier irgendwo sein, oder? Wenn... Ebenso wie ein Fäustling. Nein, das ist ein Handschuh. Fäustling ist nur mit... Also ohne Finger. Ein Schlüssel. Ein Drachen. Oh, eine. Telefon und Haar. Telefon habe ich gesehen. Hier ist noch ein Blatt. Und ein Haar. Den hat man, glaube ich, gar nicht gesehen. Okay, und... Öltopf Flasche und russische Puppen. Okay, du bist keine Öltopf Flasche. Du bist eine Kanne. Du bist ein Bügeleisen. Du bist... ... in der Küchenrolle. Bist du eine russische Puppe? Nein. Du bist eine Öltopf Flasche. Jetzt ist nur die russische Puppe auf. Und dann lässt du... Ich hab ein Bild in meinem Auge, aber das ist... Da hinten stehen sie doch. Sie sagen nix. Briefkasten haben sie Schlüssel. Ab in die Schmiede. Die Schmiede ist leer. Vielleicht könnte ich darin etwas herstellen. Bestimmt. Ups. Wie kriege ich die jetzt da raus? Ich brauche eine Blasbarge und den tut natürlich. Ich kann mal drücken. Und da zwischen ich hätte jetzt irgendwas... ... getan. Zu. Ein Messer. Ich hatte ja eigentlich mal gedacht... ... man könnte mit einem Messer was Mess ändern. Aber... ... das hat sich dann als Falsch ausgestellt. Und ich brauche jetzt einen Blasbarge. Aber guck mal. Die Tafel steckt fest. Ich bin nicht hier, erst um sie auszuheben. Ja, endlich kommt der Meißel... ... rührt sich nicht. Schwung. Jetzt habe ich eine Springbundenplatte. Das ist geil. Hätte ich nicht erwartet, dass ich die hier finde. Oh nix. Und ich gehe wieder zurück in die Scheune. Da oben komme ich noch nicht hin. Es sei denn natürlich mit dem Schäfer. Eine Figur mit dem Typ dahinter. In ihrem Buskorb ist etwas versteckt. Sieht so aus, als sei sie erst vor kurzem zusammengenäht worden. Messer? Ja. Ein... ... Medaillon. Was ich später brauche, wahrscheinlich. So, hier ist ja sonst nix. Nicht zurück in die Bar. Frag mich, warum ich den immer noch sehen kann, oder? Es ist ja einfach irgendwas... Ja, nee, so mal. Auf zum Runden. Da kommt die Platte wieder. Es ist ne vierteilige Platte. Okay, ähm... Irgendwas mit nem Schmilles. Hier war nix mehr mit Schlüssel. Hier war eigentlich nix mehr. Obwohl das ja hier so aussieht, Vogel. Hier, mal eins noch. Die haben den Wohnwagen jedoch geerntet, ja. Im Zauberladen war jetzt auch nix mehr, ja. Okay. Ich erinnere mich nicht, dass ich irgendwo was hätte, wo mir... ... ganz vieler gesagt hat, ich brauch da einen Schuss mehr. Auf nur das Ding hier, da fehlt was. Ein Briefkasten. Ein Briefkasten. Verschmissen. Hab ich hier irgendwo einen Briefkasten gesehen? Okay. Super, ne? Hier ist die Schleitung in den Briefkasten. Hier? Hier. 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 Richard. Rett. Hier. Hier! Hier. Lippenstifte schon von mir sehen Fischer Oh, das finde ich geil, dass die Platte hier jetzt drin ist Also im Wimmelbild auch drin ist Die Biene, die nehme ich trotzdem mit Und die Räuse Und den Seestern Das heißt, mir fehlt jetzt nur noch ein Fisch Das ist ein Seepferdchen, wenn ich Glück habe Das war eine Schabe Ich bin hier ein Fisch Bist ein Oktopode oder eine Kette Aber ein Fisch bist du nicht Regenschirm Du bist eine Schabe Das hätte ich jetzt gedacht, das wäre vielleicht noch ein Fisch Habe ich nicht von drei Fische gesehen Ich habe auch noch keinen Hund gesehen, aber ich will ihn dauerne Ich sehe den Fisch nicht Fisch, wuchst du Schwimmst du doch im Wasser Und bist noch nicht ins Spiel geladen Oder bin ich einfach nur zu blind Na komm Schraubenschüssel Und schon fährt das Ding einfach weg Okay, Dorf nördlich Gruppenwerkstatt Sie scheint vom Wimmel herab zu hängen Ja, sieht so aus Ah, ein Ring Der passt bestimmt zu dem Ring Haustür Briefkasten Abgeschlossen Ich glaube es geht Aha Da fehlt der auf jeden Fall Und der Und noch einer Außerdem fehlt der mit Hügel Und es sieht so aus, als wäre hier gerade frisch gestrickt Mehr oder weniger So, was haben wir hier noch So, was haben wir hier noch Nichts 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 da Nichts, da hängt was Und hier Guckt einer raus Und Merkstatt Da hängt auch einer oben Es ist schwer zu sprechen Es ist schwer zu sprechen Meine Lins sind nicht meine eigenen und kontrolliert von Unsehen Händen Aber ich habe magisch in mir noch Others würden nicht so Glück Sie würden nicht nur mit seiner Will als wenn aus Er hat mich hier Dieser Puppet Mann Seine Augen waren schrecklich und schrecklich Ich versuchte ein Schmerz mit meinen Krystallen aber es wurde reversed und er mich Du musst einen Weg mich zu freien Me Hör dich vor jetzt, ja? Film Fällen Sie, die die ersten sehen Film Sechen Schmerz noch Ja Ein Fimmel Spiel Voraus Er scheint ein Kuckuck zu wählen Normalerweise haben solche Uhren nur einen Kuckuck aber Der scheint ja Geld zu haben Hier sind Spielfiguren Und dann noch die hier Es fehlt dann aber ein Teil Schere in diesem Kästchen ist in diesem Kästchen verschlossen Ich musste den Weg finden das zu eröffnen Ja Schauen wir mal wofür wir dann die Schere brauchen Achso Dann brauchen wir Schandeln wieder an zum Bein Gut Wimmelbild Und das fängt gut an mit einer Schneekugel Eine Stechpalme Okay Palme Pflanze Pflanze Grün Oben zumindest Oder Stechpalme ist irgendwas anderes was ich nicht kenne Ich wüsste nicht was Okay Eisenfaust Eisenfaust Manche Leute haben echt komische Sachen liegen hier Eine Eisenfaust Eine Eisenfaust Zwei Pferde Das ist ein Gorilla Das ist ein Männchen Mensch Glaserpferd 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 Auch schön Ein Gürtel Ich freu mich immer noch was zum Lederpalsches Oder Ne Stechpalme ist Ein Bär Ein Kuchelchen Einen Angewissen Apfel Ein Jojo Eine Fliege Eine Krone Herz und Ring Ohne Herz und Ring brauche ich Okay Ja Krone Herz Stechpalme Stechpalme ist das Ding Alles gar doch was cooles Ich habe schnell überlegt ob das vielleicht mit der alteren Liegnis Folterwerk sein wird oder so Was man ja gerne mal Lustig benannt hat Aber ich soll jetzt trotzdem ein Herz und ein Herz und Herz und eine Krone Okay Krone ist entweder auf dem Kopf oder auf dem Zahn Das war das Herz Jetzt ist nur die Frage wo sich die Krone befindet Bei dem Spiel würde ich sogar wohl näher auf dem Kopf ausgehen Das könnte ja sein dass es für die Spielfiguren da oben gibt Ja Blasewalk ist schon mal gut Was fehlt Hier habe ich zwei Ringe Gemälde Ring Hier das Ding für Die Haustür Ich kenne die noch nicht auf weil mir da noch was fehlt